heute ist dienstag aber was heißt das eigentlich heute ist dienstag ja an sich heißt das natürlich nichts besonderes man ist es wochentag wie jeder andere auch es war für mich ein bisschen angenehmer weil der stundenteil nicht ganz so schlimm ist wie beispielsweise mittwoch der tisch morgen ist aber das tut ja alles gar nichts zur sache warum beginne ich jetzt ein audiolog mit heute ist dienstag ja da gibt es viele gründe für denn eigentlich war das falsch das war gelogen es gibt nur einen grund der hat mit dienstag nicht viel zu tun aber ich wollte es mal sagen schauen wir mich mal auf die uhrzeit es ist 20 uhr 10 das heißt natürlich ich kann wenn ich überhaupt in der schulzeit aufnehmen nur abends aufnehmen das ist aber auch relativ nebensächlich müssen den blick ein wenig tiefer richten zwar ein datum der 25 oktober 2011 das ist natürlich für die meisten jetzt auch nichts besonderes ich meine es ist ein ganz normaler tag die meisten gehen wahrscheinlich arbeiten nur in die schule manche hängen auch zu hause rum weil sie sich krank schreiben lassen weil sie keinen bock haben auf irgendwas oder sonst was für einige ist einfach der normale arbeitstag für andere steht halloween kurz bevor andere sind in wo wir und farmen gerade den eventboss alle solche sachen soll es geben doch was bedeutet der 25 oktober für mich nun da könnte man jetzt viel drum herum raten ich werde es auch mit dem videotitel nicht offensichtlich machen von daher könnt ihr jetzt kurz überlegen was könnte der 25 oktober für mich heißen bevor ich es dann gleich auflöse könnte derweil einen blick auf meinen hintergrund werfen auf meinen mittlerweile aufgeräumten desktop und könnt ihr auch sehen wie die zeit verstreicht und wie man caps aufnimmt so das ist nun der 25 oktober ja der 25 oktober ist wie man hier sieht der tag an dem ich das let's play angefangen habe das ist natürlich ja schon denkwürdiger tag wenn man jetzt mal so guckt dass das schon ein jahr her ist es kommt mir vor als wenn es erst eine woche her ist dass ich fallout 3 aufgenommen habe ich weiß auch nicht warum in diesen letzter zeit eh alles relativ schnell vorbeigezogen ich habe natürlich part 1 schon früher hochgeladen aber in part 1 habe ich nicht wirklich was gesagt da habe ich mir das intro gezeigt von daher ist der 25 zehnte für mich der tag wo ich angefangen habe damit ich habe in einem jahr doch mehr erreicht als ich eigentlich gedacht hätte ich habe 700 videos hochgeladen auf 100.000 aufrufe bekommen habe sechs spiele durchspielt bzw komplett let's play das wäre jetzt mein fallout 3 dann wäre das starcraft 2 train two worlds denn gash hasp was nicht der rede wert wäre und ich habe mich zusammen mit der fahrer durch megaman 4 gequält das war ja wirklich relativ anspruchsvoll aber muss man jetzt auch nicht mehr darauf eingehen ich habe halt das abgeschlossen alles ich habe ein paar leute gefunden die sich meine videos auch halbwegs gerne ansehen jedenfalls schreiben sie mir das teilweise und ja ich wollte nur mal darauf aufmerksam machen dass ich jetzt seit einem jahr als player bin das ist ja schon im prinzip so eine kleine grenze die man damit überwunden hat für viele das war jedenfalls so vor einem jahr ist das alles so dass die leute die erst relativ kurze zeit let's play nur so eine sind die abo geil sind die einfach nur mal kurz ein bisschen fame haben wollen und das let's play nicht so ernst nehmen bzw da nicht wirklich viel zeit investieren oder sonst was dann gibt es halt immer so leute die zwei wochen lang videos machen dann haben sie keine lust mehr oder betteln nur nach freunden und so was und so zeug und ich finde bei einem jahr da merkt man schon dass eine person halt auch ein bisschen mehr arbeit reinsteckt dass sie wahrscheinlich auch dabei bleiben wird das ist nämlich jetzt auch mal so dass ja ich gehe einfach davon aus dass ich das weitermachen werde es macht spaß und alles so was es kostet zwar ungemein viel zeit speziell wenn man so langsame internet leitung beziehungsweise so relativ langsam pc hat wie ich aber ja der spaß steht dabei natürlich vordergrund das ist ein hobby das sollte man nicht vergessen man kann keinen zwingen das ewig zu machen aber ich werde definitiv weiter dranbleiben eventuell werde ich irgendwann noch bekannter das weiß man aber nicht genau denke ich mal das wird man sehen wie sich da das ganze so zeigt ich werde natürlich probieren weiterhin viele videos hochzuladen man sieht mit 700 in einem jahr habe ich knapp im durchschnitt zwei videos pro tag hochgeladen es ist nicht so viel nicht zu wenig also ich denke das ist schon eine akzeptablen nummer ich würde gerne sagen dass ich im nächsten jahr noch mehr hochladen und dann auf mindestens 1500 kommen wenn zwei jahres rückblick aber das kann ich nicht versprechen weil meine stundenplan ein bisschen voller ist als letztes jahr letztes jahr war zwölfte klasse da war alles noch ein bisschen gechillt jetzt ist 13 da ist es ein bisschen anspruchsvoller geworden kann man sagen nicht viel aber es ist schon anspruchsvoller vor allem weil sie uns jetzt mehr hauptfächer stunden reingeklatscht haben also physik weg sozialkunde halbiert sport halbiert so hauptsache deutsch und mathe und englisch hier da könnte ganz viel haben deshalb ich werde probieren so viel wie möglich hochzuladen ich werde auf jeden fall die sache nicht angefangen beenden und werde euch dann hoffentlich auch mit zukünftigen let's plays ein wenig freude bereiten können wenn nicht dann nicht logisch oder ja ich gebe natürlich mein bestes und dementsprechend sehen wir uns im nächsten let's play jahr wieder mit neuen videos ich hoffe ihr seid dabei ich hoffe ihr habt spaß von mir war es das soweit ich bin riven das war ein jahr let's play im schnelldurchlauf rückblick und tschüss